Digitalisierung stellt unsere Arbeitswelt immer wieder auf den Kopf. Richtig genutzt, bietet sie jede Menge Vorteile. Doch die Verunsicherung ist oft groß. Es stellt sich die Frage, wie können Sie als Verein Ihre Prozesse sinnvoll digitalisieren? In dem heutigen Webinar nehmen wir Ihnen hoffentlich einige dieser Verunsicherungen und machen sie fit für die Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Digitalisierung von Vereinsprozessen zwischen Unsicherheit und Mehrwert. In den kommenden 60 Minuten erfahren Sie, wie die Digitalisierung von Verwaltung, Verkauf, Kommunikation und Training optimiert werden kann. Ich freue mich, unsere heutige Expertin dazu begrüßen zu dürfen. Hallo, Lisanne Prosch. Schön, dass du da bist. Lisanne Prosch ist Sales und Marketingmanagerin bei Kampai und bringt heute nicht nur Know-how in der Vereinsdigitalisierung, sondern auch Erfahrung in der Vereinsberatung mit. Mein Name ist Marina Weißhäupel. Ich bin vom Haus des Stiftens und ich wünsche Ihnen allen jetzt ein informatives und spannendes Webinar. Und wir sehen uns nachher in der Fragerunde. Lisanne, damit übergebe ich an dich. Vielen lieben Dank, Marina. Auch vor mir einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, Ihnen geht es allen gut. Sie freuen sich auf die gemeinsamen 60 Minuten und dass ich Ihnen natürlich heute auch die Unsicherheiten nehmen kann und natürlich auch ein bisschen Motivation, sodass Sie die Digitalisierung in Ihrem Verein angehen. Erst einmal zu mir vielleicht kurz. Wie gesagt, ich bin Sales und Marketingmanagerin bei Kampai. Ich habe meinen Master im Sportmanagement gemacht und arbeite jetzt seit zwei Jahren bei Kampai und unterstütze nebenberuflich auch noch Vereinen anhand von einer Vereinsberatung. Bin als Referentin und Workshopleiterin tätig und freue mich daher vor allen Dingen heute, die Digitalisierung von Vereinsprozessen mit Ihnen durchzugehen. Denn dieses Thema liegt mir am Herzen, weil ich glaube, mit der richtigen Anwendung kann es sehr, sehr viel Mehrwert stiften und Ihre Arbeit definitiv erleichtern. Vielleicht einmal ganz kurz, was erwartet Sie heute oder was erwartet Sie in den nächsten 60 Minuten? Das heißt, wir gehen einmal darauf ein, was mit Digitalisierung gemeint ist. Wir sprechen einmal darüber, warum sich Digitalisierung für Non-Profits, für Vereine und Organisationen lohnt. Und natürlich auch darüber, welche Bereiche sollten digitalisiert werden. Da gebe ich so einen kleinen Ausblick in die Verwaltung, Verkauf, Kommunikation und ein bisschen spezieller auch ins Training beziehungsweise in Übungsstunden oder Gruppenarbeiten. Dann natürlich auch, was für Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die Digitalisierung im Ganzen auch erfolgreich ist. und wir durchlaufen einmal die Phasen der Digitalisierung, die ich im Endeffekt einmal ausgearbeitet habe, sodass Sie da auch im Endeffekt einen Leitfaden für die praktische Arbeit haben. Zuallererst aber einmal eine Einstiegsfrage an Sie, deswegen schreiben Sie das gerne mal kurz in den Chat. Wie digital ist Ihre Organisation, Ihr Verein aktuell? Wie würden Sie das beschreiben? Ich habe den Chat auf jeden Fall im Blick. Also, liebe Teilnehmenden, hauen Sie in die Tastatur und sagen uns, wie denn gerade bei Ihnen die Digitalisierung voranläuft. Die ersten Antworten kommen schon rein. Digital gut aufgestellt. Das ist ja schon mal sehr, sehr erfreulich. 50 Prozent kamen die Antwort. Wir stehen an der Schwelle und wollen, und wollen einen Vereinsplaner, eine Software einführen. In Arbeit. Leider sehr wenig. Gar nicht. Oh, leider noch viel Papier. Also, ich glaube, ganz gemischt. Hier digital noch Luft nach oben. Circa 60 Prozent. Gut aufgestellt noch am Anfang. Also, ich glaube, wir sind hier eine bunt gemischte Truppe. Wie dann? Kann jeder hier trotzdem was mitnehmen aus dem Webinar? Auf alle Fälle. Ich mag es sehr gerne, wenn wir so ein buntes Feld haben, denn ich glaube, jeder kann etwas mitnehmen, sei es, man ist gerade dabei, man ist noch komplett am Anfang. Auch der Impulsvortrag oder die Hinweise, die wir mitgeben oder die ich gebe, die können für alle genutzt werden. Ich glaube, jeder kann so das bisschen für sich oder den Mehrwert für sich rausziehen. Deswegen, ich freue mich, dass es so bunt ist, das macht einfach immer sehr viel Spaß. Genau, deswegen, wenn wir jetzt schon mal so geguckt haben, ein paar haben schon gesagt, so, na, 50 Prozent, 60 Prozent, wir sind gut aufgestellt. Was bedeutet denn eigentlich? Oder was ist mit Digitalisierung gemeint? Ich persönlich stelle mir dann immer so meinen Schreibtisch vor und wie hätte ich den gerne? Und den hätte ich natürlich am liebsten sehr sauber. Nicht mit verschiedenen Akten voll, nicht mit da einem Papierstapel, hinter mir einem Papierstapel, vor mir einem Papierstapel, ganz viele Notizzettel, weil mir geht schon immer was in den Sinn. Ich muss es kurz aufschreiben, damit ich es nicht vergesse in der ganzen Arbeit. Deswegen, ja, ich stelle mir das gerne sehr einfach vor, dass, wenn man auch hier gerade guckt, bis auf meinen Notizzettel, meinen Laptop und meinen zweiten Bildschirm und mein Glas Wasser, habe ich nichts auf meinem Schreibtisch liegen, denn ich habe alles gerne in digitalen Formaten beziehungsweise schon in Systemen gespeichert beziehungsweise vorhanden. Deswegen, wenn ich von Digitalisierung spreche oder was ich damit meine, ist es wirklich so, dass ich möglichst viele Daten, Inhalte eben online speichere oder digital speichere und weg von diesen ganzen Papierzetteln. Das ist meine Vorstellung. Ich weiß, dass es für viele sehr abrupt klingt oder radikal. So soll das gar nicht rüberkommen, sondern was mir wichtig ist und deswegen habe ich auch die Quelle von Meffert einmal rausgesucht, ist, unter Digitalisierung versteht man das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate und ihre Verarbeitung oder Speicherung in einem digitaltechnischen System. Das ist sozusagen das, was ich sehr passend finde, was natürlich nicht bedeuten soll, dass Papier komplett gestrichen wird oder dass ich nicht auch noch die Ordner haben kann, weil wir haben eine Aufbewahrungspflicht für verschiedene Dinge. Das soll auch definitiv berücksichtigt werden und jeder soll sozusagen so ein bisschen für sich seine Vorstellung von Digitalisierung vereinen beziehungsweise auch umsetzen können. Deswegen für mich bedeutet es, einen möglichst cleanen, sauberen, freien Arbeitsplatz und Schreibtisch zu haben und eben dann trotzdem hauptsächlich alles in meinem Laptop zu speichern. Das vielleicht einmal so vorweg. Was ich gerne noch von Ihnen wissen würde, deswegen auch gerne wieder den Chat nutzen, wenn wir jetzt von Digitalisierung sprechen, was kommt Ihnen da in den Sinn? Welche Ängste, Herausforderungen oder Probleme sehen Sie oder haben Sie auch tagtäglich jetzt gerade in der Arbeit damit zu tun? Schreiben Sie mir gerne da mal so ein paar Stichpunkte, was Ihnen so im Sinn kommt in den Chat. Ja, und da kommen auch schon die ersten Antworten. DSGVO-Problematik, Datenklau, Kosten. Das ist so vielseitig und man verliert leicht den Überblick. Doppelung von analogen und digitalen Unterlagen, ja, auch eine Herausforderung. Datenverlust. Nicht alle ziehen an einem Strang. Das ist natürlich auch immer sehr herausfordernd. DSGVO wird hier auch nochmal mehrfach genannt. Ja, Datensicherheit, Arbeitsweisen und Präferenzen aller Mitarbeiter unter einen Hut bekommen. Ja, auf jeden Fall auch immer eine große Herausforderung. Wo fängt man an? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Ja, technische Schulungen und jede Menge weitere Antworten. Ja, Lisanne, hast du die ein oder andere Antwort hier auch schon erwartet? Absolut, absolut. Das sind auch aus meiner Erfahrung in meiner täglichen Arbeit, womit ich konfrontiert werde und wo ich natürlich auch gerne immer per Rat beiseite stehe, ist einfach, wir haben verschiedene Unsicherheiten, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Und deswegen, es wurde mehrfach genannt, einer der größten Punkte ist definitiv die DSGVO. Jede Organisation, jeder Verein weiß, dass die Datenschutz- oder Datenschutzbestimmungen, die man selbst gewähren muss für seine Mitglieder, dass es einfach an oberster Stelle ist. Das ist auch extrem wichtig und das muss berücksichtigt werden. Das ist jetzt nicht nur in der Arbeit gemeint mit, was mache ich mit den Daten, die ich von meinen Mitgliedern, Mitarbeitern etc. erhalte in meiner Vereinsarbeit, sondern das ist natürlich auch in dem Fall mit der Nutzung von einem System, einer Software, wie es es von Anbieterseite sozusagen gewährleistet, also der Datenschutz, die DSGVO, wie sind deren Bestimmungen und passen die im Endeffekt mit meinem Standard auch zusammen. Das heißt, wir müssen hier beide Seiten beleuchten und deswegen ist die DSGVO ein enormer Unsicherheitsaspekt, aber ich denke, mit dem gewissen Know-how beziehungsweise, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann bekommt man ein Gefühl dafür und sodass man dann auch sicher damit umgehen kann, sodass diese Unsicherheit in eine Sicherheit umschlägt. Aber es ist ein großer Punkt, der bei der Digitalisierung im Verein absolut berücksichtigt werden muss und absolut auch vertreten ist beziehungsweise eben auch anerkannt sein muss. Dann, wir haben es auch gehört, das technische Wissen, also das technische Wissen zur Bedienung von Laptop, von Internet, von der entsprechenden Software. Ist das im Endeffekt mit einer Schulung verbunden? Wo finde ich im Endeffekt die verschiedenen Bereiche? Wo kann ich nachlesen? Dieses technische Wissen zur Bedienung ist ein sehr großer Unsicherheitsfaktor. Und dann, wir haben es auch schon gehört, das Internet an sich immer eine Unsicherheitsquelle. Wo liegen die Daten? Wo werden sie gespeichert? Was ist, wenn ich die aus Versehen lösche? Was passiert dann damit? Also das Internet an sich als Unsicherheit und definitiv auch die Kosten. Weil gerade zu Beginn, wenn wir digitalisieren im Verein, müssen wir investieren. Wir müssen Investitionen starten, weil wir müssen uns den aktuellen Status einmal angucken. Und was für Voraussetzungen müssen denn überhaupt geschaffen werden, damit ich digital arbeiten kann? Und das ist im Grunde immer mit Kosten verbunden, die ich auch im Verein sozusagen gewähren muss oder die ich mir auch leisten kann oder, ja, leisten kann oder, ja, wo ich halt gucken muss, sind überhaupt, wie ist das Budget dafür da? Jetzt haben wir natürlich von so verschiedenen Unsicherheiten und trotzdem habe ich in den Chatantworten gemerkt, dass da auch so gewissermaßen, beziehungsweise sonst wären Sie heute nicht hier und würden sich das Webinar einmal anschauen. Da ist auch sehr viel Motivation und Bereitschaft da. Das heißt also, vielleicht um diese Unsicherheiten ein bisschen, ja, aufzuwägen, beziehungsweise zu sagen, die sind berechtigt, den muss ich mir bewusst sein, aber warum lohnt es sich denn digital zu arbeiten? Und ein großer Effekt ist einfach der Multiplikator und der Zeitersparer-Effekt. Also, ich habe unfassbar viele Skalierungseffekte, das heißt also, ich kann mit weniger Zeit mehr arbeiten oder beziehungsweise mehr schaffen. Das ist auf alle Fälle ein Punkt, warum es sich lohnt. Dann, die händische Arbeit wird einfach entlastet. Wir haben in dem Fall eben aufgrund von dem Zeitersparnis eben, dass auch eben das Ehrenamt sich auf die Dinge konzentrieren kann, die wichtig sind, wofür eigentlich sozusagen der Verein da ist, weil wir haben alle ein gewisses Ziel in unserem Verein, was wir erreichen möchten, auch mit unserer Vereinsarbeit. und deswegen ist es eben unfassbar wichtig, dass ich gucken kann, wo kann ich die Zeit sparen, sodass ich wirklich mich auf die Dinge konzentrieren kann, worauf es ankommt. Dann ein dritter Punkt, warum es sich lohnt. Wir wissen alle aus unserer täglichen Arbeit oder aus unserer Vereinsarbeit, dass das Ehrenamt schwindet. Das ist nichts Neues, was ich jetzt so sage, sondern ich glaube, das merkt jeder in seiner Arbeit, auch die Bereitschaft oder eben vor allen Dingen die Zeit an sich, weil Vereinsarbeit ist oftmals etwas, was wir nebenberuflich machen, auf Minijobbasis vielleicht, was aber eigentlich nicht unser Hauptberuf ist. Und aufgrund von der schwindenden Zeit und natürlich auch dem schwindenden Ehrenamt muss ich gucken, wo bekomme ich denn den Nachwuchs her? Wie kann ich auch den Nachwuchs gewinnen oder den Nachwuchs fördern und sozusagen, ja, wie kann ich das einfach attraktiver machen, und dass derjenige schon sagt, ja, ich möchte mich noch neben dem eigentlichen, neben der eigentlichen Vereinsarbeit auch zum Beispiel noch in der Verwaltung oder bei einer Veranstaltung mit arrangieren, ich möchte, oder engagieren, ich möchte da mitwirken. Und das ist auch durch digitale Vereinsarbeit möglich, weil es einfacher ist, den Nachwuchs zu gewinnen, weil ich sagen kann, guck mal, du musst gar nicht jeden Tag in die Geschäftsstelle kommen, du musst nicht das am Wochenende machen, sondern du kannst es ganz einfach von zu Hause über deinen Laptop, über deinen Rechner, dir steht alles zur Verfügung, du musst eigentlich gar nicht vor Ort sein, sondern es kann zum Beispiel auch für Studenten, die nicht mehr im Ort wohnen, da wo eigentlich der Verein arbeitet, sondern das kann auch noch von einem anderen Ort her betreut werden oder erledigt werden. Das heißt also, ich spreche eine ganz andere Zielgruppe an oder eine neue Zielgruppe an und mache das Ganze attraktiver. Und hier, das auch nicht vergessen, wenn ich nach außen eine moderne Vereinsarbeit zeigen kann und vertreten kann, dann stärkt das auch meine Vereinsmarke, denn es gibt mir sozusagen einen Push. Ich wirke modern, ich wirke attraktiv und somit kann ich eben auch wirklich Mitarbeiter oder Ehrenämter einfacher gewinnen oder leichter gewinnen. Jetzt haben wir im Grunde so über diese Unsicherheiten gesprochen und wir haben auch nochmal über warum es sich lohnt. Was ich aber gerne noch mit euch oder mit Ihnen, entschuldigt bitte, was ich mit Ihnen gerne noch durchgehen möchte, sind die Anforderungen an einen modernen Verein. Wir haben jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, mit was für Fragen sozusagen Vereine konfrontiert werden oder was zum Beispiel in eine moderne Vereinsarbeit für Fragen gestellt werden. Und es ist in dem Fall nicht nur, weil wir von Digitalisierung sprechen, wie kann ich meinen Mitgliedern einen einfachen Eintritt in den Verein ermöglichen, sondern eben auch, wie kann die Vereinsarbeit schneller, einfacher, digitaler erfolgen. Und wenn wir uns dann einmal angucken oder diesen Aspekt angucken, was ich gesagt habe, mit, ich möchte jungen Menschen die Möglichkeit geben, im Verein mitzuarbeiten, auch selbst, wenn sie aufgrund des Studiums in einem anderen Ort, in einer anderen Stadt leben. Das heißt, ich möchte gerne, dass die Daten oder der Zugriff auf die Daten von überall aus möglich ist, dass ich keine Geschäftsstelle brauche, dass ich keine Räumlichkeiten brauche, wo der Verein und die Vorstandskollegen, die Mitarbeiter zusammenkommen. Sondern das soll wirklich am besten von daheim vom Sofa aus gelingen. Heißt also, hier bietet eine Cloud-basierte Arbeit, das heißt also, dass meine Daten, meine Dokumente, die Software als Cloud zur Verfügung stehen. bedeutet eben, dass eben jeder sozusagen darauf zugreifen kann, egal von wo er arbeitet. Das Einzige, was notwendig ist, ist ein internetfähiges Endgerät, heißt also Laptop, Rechner, Tablet oder eben auch Smartphone. Was bei einer Cloud wichtig ist, und das ist auch sozusagen ein erster Rat, den ich jetzt schon mal mit reinwerfe, ist ein entsprechendes Rechte-Konzept. Rechte-Konzept, in dem Fall eben, ich werde im besten Fall nicht alleine die Vereinsarbeit leisten, sondern ich habe ein entsprechendes Team, ich habe Mitarbeiter, ich habe Kollegen. Man teilt sich die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Aufgaben auf. Was ist also wichtig? Dass jeder seinen Aufgabenbereich hat und die entsprechenden Rechte dafür. Das heißt also, wenn ich im Endeffekt ein System anschaffe, sollten eben die Benutzerrechte vorhanden sein, die ich einstellen kann. Es soll natürlich den Eigentümer geben und auch den Admin, der auch die Löschfunktion hat, aber anderen Mitarbeitern möchte ich wirklich nur den entsprechenden Bereich eröffnen, in dem er arbeiten kann, in dem er Dinge auch erstellen und bearbeiten kann und jemand anders soll wieder auch nur für den anderen Bereich zugänglich sein. Das heißt also, erster Ratschlag, bitte achten Sie darauf, wenn Sie sich eine Software, ein System anschaffen, dass eben auch die entsprechende Rechtegabe möglich ist, je Benutzer so wie aber eben auch, dass Sie selbst einmal gucken, welche Benutzer benötige ich und welche Rechte soll jeder im Endeffekt haben, sodass man hier auch eine bessere Vereinsstruktur aufbauen kann. Ein weiterer Punkt ist, und den habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, warum es sich lohnt, ist natürlich im Mitgliederservice einfach, dass wir die Hebelwirkung nutzen, das heißt, dass wir wirklich mit der gleichen Zeit mehr Mitglieder betreuen können, das heißt, diese entsprechende Skalierungseffekte, einfach eine digitale Vereinsarbeit mit sich bringt, dass wir den auch nutzen. Zusätzlich natürlich im Mitgliederservice, Sie möchten, dass die Daten entsprechend angepasst werden, das heißt, wenn jetzt jemand heiratet und der Nachname ändert sich oder jemand umzieht, die Daten müssen geändert werden, das ist meist eine händische Arbeit, das kann natürlich im Endeffekt mit einer entsprechenden Software auch so vonstatten gehen, dass es im Endeffekt ein Mitgliederportal oder Mitgliederservice bietet und man hier das Ganze eben auch vom Mitglied selbst erledigt werden kann, also dass der Mitglied das selbst macht und ich als Bearbeiter bekomme sozusagen die Notiz oder die Erinnerungsfunktion, ach, hier wurde was geändert und in der Änderungshistorie zum Beispiel sehe ich das und kann immer noch dahingehend auch Nachfragen stellen. Zusätzlich eine Adressänderung ist oftmals eben eher eine Einzelanpassung, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Beitrag ist oder eine Zahlungsart, hier ist es zum Beispiel gut, wenn Systeme, wo meine Mitglieder Daten gespeichert sind oder bearbeitet sind, wenn die einfach eine Massenbearbeitung bieten, das heißt also, dass für mehrere Mitglieder gleichzeitig Daten geändert werden können oder dass ich mir auch entsprechend mit Filtern, Auswertungen, entsprechende Listen oder Ansichten erstellen kann, sodass ich wirklich auch manchmal nur die Daten sehe oder die Gruppe an Mitgliedern sehe, die auch darauf zugreifen, die ich gerade auch benötige. Zusätzlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, so eine Reminderfunktion, also eine Erinnerungsfunktion, wenn jemand was verändert hat oder eben auch, wenn ich etwas bearbeite und merke dann, ach, da muss ich nochmal hinterher fragen, das muss ich und da muss ich noch weitermachen, dass ich mir selbst so eine Erinnerung setzen kann. und ein ganz großer Punkt ist das Dokumentenmanagement, also sei es im Endeffekt eine allgemeine Dokumentenablage, wo ich meine ganze Vereinstruktur aufstellen kann, wo ich verschiedene Ordner habe und die entsprechenden Sachen, die per Mail reinkommen, per digitaler Anhang oder Antrag oder wo ich auch einfach fix abscannen kann, wenn mir jetzt doch ein Brief vor mir liegt, wo ich den einfach trotzdem digital für jeden zugänglich machen kann. Super wichtig in der Vereinsarbeit, wie aber eben auch vielleicht eine Dokumentenablage, je Mitgliedsprofil, wo ich zum Beispiel Studienbescheinigungen, wo ich zum Beispiel Anträge oder Hinweise oder ich nehme mal kurz das Sportbeispiel, wenn jemand verletzt ist und hat eine Freistellung, dass ich das einfach hinterlegen kann und jederzeit darauf zugreifen kann. Das wäre so der Bereich für Mitgliederservice, wo eine moderne Vereinsarbeit danach strebt, das umzusetzen. Was da auch mit reinkommt, ist natürlich die Kommunikation. Und hier ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen vier Zielgruppen. Das ist einmal eben das Team, die Mitglieder, das sind die Partner und das sind vor allen Dingen auch die Interessenten. Warum sage ich, dass es wichtig ist, sondern das sind nämlich verschiedene Zielgruppen und in meiner Kommunikation muss ich daher eben auch unterscheiden, mit wem spreche ich gerade. Wer wird im Endeffekt oder wer ist hier gerade mein Ansprechpartner, welche Sprache muss ich nutzen und auch welchen Weg muss ich nutzen. Also ist es jetzt zum Beispiel ein Newsletter, ist es zum Beispiel eine Mail, ist es eine Rundmail oder ist es zum Beispiel im Chat oder ist es da auch vielleicht besser einfach mal zum Telefon zu greifen und selbst anzurufen. Das heißt also, in der Kommunikation von modernen Vereinen müssen wir auf die entsprechende Zielgruppe achten und auch auf die entsprechenden Umsetzung Wert legen, sei es die Sprache oder das Tool beziehungsweise die Funktion, die ich nutze. Zusätzlich zur Vereinsarbeit ist natürlich eine unkomplizierte Abrechnung von Beiträgen, dass ich die komplette Beitragsstruktur auch abbilden kann und aber auch eine unkomplizierte Rechnungsstellung, also dass es, ja, dass ich nicht fünf verschiedene Programme benötige, sondern im besten Fall eins und da wird meine Rechnung erstellt und da kann ich auch die Laststript anstoßen oder ich kann die Rechnung direkt per Mail versenden. Also das ist sowas so, es muss unkompliziert, es muss leicht sein und es muss mir auch Zeit sparen. Genau und ich habe es vorhin schon gesagt, mein Schreibtisch sieht eigentlich relativ leer aus, ich arbeite ungern mit Papier und das sollte auch im Verein möglich sein und da ist meistens der erste Schritt ein digitaler Mitgliedschaftsantrag, Anträge für Kontaktänderungen oder eben Umfragen, Formulare, gegebenenfalls auch Abfragen mit einer entsprechenden Auswertungsfunktion. Wenn ich das eben zum Beispiel online abbilden kann und das dann auch digital zur Verfügung habe, erspart mir das sehr viel hin und her verteilen von den Briefen oder hier noch eine Abnahme und da noch was und das ist einfach kompakt in einem System oder digital möglich. Dann ganz kurze Zwischenfrage, auf welcher Folie befindest du dich denn, weil gerade sehe ich noch die Folie, das müsste Folie 4 sein mit warum lohnt sich Digitalisierung? Absolut, zu den modernen Vereinen habe ich keine Folie, weil ich dachte, das ist etwas, was sehr gut vom Input und weil es relativ viel ist, ist das eher keine Folie, weil ich eher wollte, dass die Leute sich darauf konzentrieren. Ich werde aber noch eine zur Verfügung stellen. Alles gut, die Frage kam nur gerade im Chat, ich wollte nur sicher gehen, dass nichts an der Präsentation hängt. Absolut verständlich, ich hätte es auch vorher sagen sollen, gebe ich ehrlich zu, aber es gibt dazu natürlich noch im Nachgang eine Folie, nur nicht, dass es mehr mit Abschreiben der Folie zu tun hat, anstatt mir zu folgen. Genau, aber jetzt haben wir die Vereinsarbeit einmal gesichtet, beziehungsweise gesagt, darauf kommt es an. Vielleicht noch als Hinweis, Mitglieder haben natürlich auch Anforderungen an einen modernen Verein oder natürlich auch Interessenten, da spielt wir so ein bisschen die Vereinsmarke, die Stärke, die Attraktivität des Vereins eine Rolle, weil zum Beispiel, sind wir mal ehrlich, wir haben alles mittlerweile auf unserem Smartphone, sei es die Bahnkarte, sei es das Flugticket, sei es die Kreditkarte, warum nicht auch einen digitalen Ausweis? Ich weiß, eine Chipkarte hat einen enormen emotionalen Wert und das soll es auch weiterhin haben, deswegen, ich sage nicht komplett weg damit, sondern ich sage einfach, vielleicht auch einfach die Option, sodass jeder seinen Verein direkt in der Hosentasche hat, was ja dann auch weiterverwendet werden kann für Ein- und Zutritte oder zum Beispiel für Rabatte, das ist zum Beispiel auch so ein, ja, so ein schöner Gedanke, was man Mitgliedern dann auch mitgeben kann. Zusätzlich, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, so eine Self-Service-App, wo ich einfach meine Daten eigenständig ändern kann und nicht anrufen, Mail schreiben muss, sondern ich bin in der App, ich sehe mein Profil und kann es ändern. Zusätzlich natürlich vielleicht eine Community-App für den Verein, also eine App, wo nur der Verein sozusagen Zugriff hat oder untereinander kommunizieren kann, wo man Netzwerken kann, wo man sich austauschen kann, wo man Fragen stellen kann, aber wo man eben auch die entsprechenden Informationen zum Verein und die, ja, die aktuellen News sozusagen erhält. Und um das Ganze noch mal weiterzudanken, noch einen Schritt weiter ist natürlich auch, wenn ich als Verein entsprechende Räumlichkeiten habe, wie jetzt zum Beispiel ein Vereinsgelände, ein Vereinsgebäude oder Sportstätten bei einem Sportverein, da kann ich natürlich dann auch mit entsprechenden Zugang oder Nutzungen, dass man so Smart Locks nutzt, wo man eben dann zum Beispiel entsprechende Schlüsselrechte hat, wo jeder dann entsprechend schon den Zugang hat. Man muss nicht mehr gucken, kommt der Schlüssel rechtzeitig zum Trainer, damit er auch die Turnhalle eröffnen kann, sondern auch jeder hat im Endeffekt hier seinen digitalen Schlüssel. Das vielleicht nur einmal noch als kleinen Ausblick, was im Endeffekt ja auch schon möglich ist. Genau, das einmal zum modernen Verein, das sind Gedanken beziehungsweise, ja, Möglichkeiten, die ich jetzt mittlerweile in der Arbeit herausgefunden habe, worauf es ankommt und was natürlich auch im Endeffekt jeder Verein oder was für Sie im Verein garantiert nicht neu ist, sondern jeder hat ja so eine gewisse Vorstellung von Digitalisierung. Wichtig ist jetzt nochmal, dass wir einmal noch die Voraussetzungen klären, also was ist wichtig? Natürlich im Endeffekt Internet, sei es jetzt durch WLAN, sei es durch einen mobilen Hotspot. Gerade wenn ich Räumlichkeiten habe, wenn ich eine Geschäftsstelle habe, muss ich natürlich gucken, ist hier überhaupt eine entsprechende Internetleitung zur Verfügung? Muss die vielleicht erst geschaffen werden? Oder kann ich das zum Beispiel mit dem mobilen Netz auch gut klären? Dann natürlich die entsprechenden Arbeitsgeräte, sei es jetzt der Rechner, der Laptop, das Tablet oder eben auch das Smartphone. Hat im Endeffekt jeder in meinem Team so eine Grundausstattung, womit er mit einem Endgerät dann eben auch arbeiten kann oder muss ich als Verein das erstmal beschaffen, sodass jeder eben erstmal die gleiche Grundlage hat und eben etwas womit erarbeiten kann. Und der letzte und wichtige Punkt, und das kam vorhin im Chat auch schon, deswegen, ich habe es nicht überhört, sondern es passt jetzt ganz gut, ist natürlich das Wissen und die Bereitschaft. Das heißt also, das Wissen anhand von Schulungen, habe ich das Wissen und kann meine Mitmenschen oder meine Mitarbeiterschulen, wenn ich eine Software, ein System einführe, bietet der Anbieterschulungen an. Heißt also, ja, ist das eigentlich mit inbegriffen, muss ich dafür zahlen, werde ich allein gelassen und habe nur ein entsprechendes Benutzerhandbuch und dann natürlich die Bereitschaft. Und ich, auch hier wieder eher radikal, es ist ein alle oder keiner Prinzip, weil entweder schaffe ich es als Team, die Bereitschaft so darzulegen, auch mit Überzeugungskraft, vielleicht auch mit einem Testzeitraum, dass die, die aktuellen, in Anführungszeichen, Gegner da auch im Endeffekt sich bereit erklären, ja, wir schauen uns das mal an, ob es wirklich den Mehrwert bringt, den du mir jetzt gerade sagst. Weil, warum ein alle oder keiner Prinzip? Ich kann nicht digital und manuell arbeiten. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht zwei Systeme gleichzeitig pflegen, die im Grunde dasselbe können, sondern ich musste wirklich eine einheitliche Schiene fahren und im Endeffekt dann von meinen ganzen Zielen und Vorstellungen, wo der Verein alles digital arbeiten kann, vielleicht eher mal runterschrauben und Schritt für Schritt die verschiedenen Bereiche und Prozesse anschauen. Und da kommen wir auch schon hin, was kann ich denn digitalisieren? Und im Grunde, ja, ich kann im Grunde, kann ich mir jeden einzelnen Prozess angucken. Ich kann mir jeden Bereich angucken, der im Endeffekt digitalisiert werden kann. Ich habe mir einmal rausgesucht, einmal hier eine Übersicht, das heißt also im Grunde, ich kann die Verwaltung, die Verwaltung in dem Fall eben, ich habe es gesagt, das Mitgliedermanagement anhand von einem CRM-System. Ich habe zum Beispiel das Personalmanagement, worüber tue ich entsprechende Einsätze planen, wo sehe ich im Endeffekt meine verschiedenen Gruppenleiter. Ich habe ein entsprechendes Materialmanagement. Zusätzlich dazu auch entsprechend Qualitätsmanagement, also wo läuft meine Qualitätssicherung darüber. Und vor allen Dingen eben auch Finanzen und das Fördermanagement. Finanzen für Buchhaltung, für Abrechnung oder eben auch das Fördermanagement. Wo habe ich das im Endeffekt gelagert und wie kann ich damit arbeiten? Das nächste zum Beispiel der Verkauf. Hier ist es so, dass der natürlich komplett unterschiedlich sein kann. Der Verkauf entweder, wenn es Ticketverkäufe regelmäßig gibt, wie kann ich den digital, wie kann ich den online abbilden? Habe ich vielleicht eine Jobfunktion, wo ich dann zum Beispiel auch Merchandise-Produkte oder Vereinskleidung mit abbilden kann, worüber das eben dann auch direkt ein Bestellprozess sozusagen zu Ende läuft, mit vielleicht direkt eben versandt? Habe ich zum Beispiel Trainings- oder Kursangebote? Also habe ich ein entsprechendes Buchungssystem, wo eben jeder sich sein Training, seinen Kurs, ja auch seine Veranstaltung im Endeffekt buchen kann? Und wie kann ich zum Beispiel auch, also dahin geht zum Beispiel auch, damit einschließt sich der letzte Punkt Vereinsangebote. Das ist im Endeffekt, wie bilde ich das digital ab und habe ich im Nachgang auch direkt ein Buchungssystem, wo das dann im Endeffekt zusammenläuft? Und zuletzt eben auch noch die Sponsorenpakete. Wie kann ich die digital abbilden, dass ich Sponsoren, Interessenten eben darauf hinweise, dass sie auch alle Informationen zu meinen Sponsorenangeboten finden und kann ich das vielleicht auch im Endeffekt schon letztendlich im Endeffekt einem Formular, das ich dann als Kontaktaufnahme, wo ich dann im Endeffekt weiter mal anrufe, in Gespräch gehe oder kann ich zum Beispiel ein kleines Sponsorenpaket auch direkt im Shop anbieten und derjenige kann oder der Sponsor kann sich das dann kaufen mit entsprechendem Upload von dem Logo, von den Hinweisen zu dem Unternehmen. Der dritte Bereich wäre die Kommunikation. Ich habe hier schon gesagt, so wichtig ist hier die Zielgruppe. Das heißt also im Grunde, was kann digitalisiert werden oder unterteile ich in die verschiedenen Zielgruppen? Nochmal Mitglieder, Mitarbeiter, Partner, Sponsorenkommunikation und Interessentenkommunikation. Ich habe jetzt hier auch nochmal die Eventkommunikation mit reingenommen, weil sie natürlich auch wichtig ist. Wie tue ich sozusagen auf Veranstaltungen aufmerksam machen? Wie kommen die Teilnehmer, die Interessenten dieser Veranstaltung, wie kommen die an die entsprechenden Informationen? Das heißt eben auch hier ist es nochmal wichtig zu sehen und zu unterteilen, A, wie ist die Ansprache, über welches Tool, in welcher Art und Weise stelle ich Informationen, stelle ich im Endeffekt auch die Nachbereitung zur Verfügung, sodass sich auch jeder abgeholt fühlt. Nicht nur jetzt speziell auf die Veranstaltung, sondern auf jeden Bereich der Kommunikation. Und der letzte als kleiner Ausblick im Training. Ich weiß, das hört sich im ersten Moment immer sehr sportlassig an, sieht vielleicht auch so aus, aber ich möchte trotzdem mit Training jeden ansprechen, weil jeder hat im Endeffekt ein entsprechendes Vereinsangebot, was ich trotzdem ja auch im Endeffekt sichern möchte, beziehungsweise die Qualität, egal welcher Übungsleiter, welcher Trainer, welche Person das im Endeffekt durchführt, soll das ja im Endeffekt gleich sein und eine gesicherte Qualität haben. Und hier ist es wichtig, dass ich im Endeffekt einen Plan aufstelle, auf den jeder zugreifen kann, dass ich im Endeffekt festgelegt habe, wie ist eine entsprechende Durchführung und dann natürlich auch die entsprechende Kontrolle und Nachbereitung. Das geht hier sozusagen alles in ein über. Ich habe es als Training bezeichnet, möchte aber gerne jeden damit ansprechen und genau, das einmal noch als Ausblick, beziehungsweise vor allem für Sportvereine vielleicht interessant. Genau. Und jetzt würde ich behaupten, kommen wir sozusagen so in den, in den, ja, in die Praxis. Das heißt also, wenn wir jetzt starten mit der Phasen der Digitalisierung, es ist extrem wichtig, ich habe jetzt hier fünf Phasen aufgebaut, im Endeffekt komme ich aber auf sechs raus. Sie werden auch gleich wissen, warum. Vorhin im Chat war, ähm, war die Aussage, ich weiß gar nicht, wo ich starte. Es kann im Endeffekt sinngemäß alles digitalisiert werden. Es ist ein Haufen, ich weiß gar nicht, wo und wie und was. Und das ist, das ist sozusagen so ein bisschen auch, ja, etwas, was uns dann in der Arbeit hindert. Heißt also, ich weiß, ich möchte digitalisieren. Ich möchte meinen Verein digital aufstellen. Aber wie? Wo fange ich an? Wo fange ich an und was tue ich, damit ich nicht dann vor diesem Haufen stehe? Zu viele Möglichkeiten, zu viele To-dos und im Endeffekt dann gar nichts mache, weil ich einfach überladen bin. Und das ist ganz wichtig, dass wir da im Endeffekt uns anhand der Phasen entlanghangeln, sozusagen. Das ist wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die erste Phase wäre im Endeffekt die Analyse und die Bedarfsklärung. Das heißt also, als allererstes mache ich eine Bestandsaufnahme. Ich schaue mir in dem Fall eben an, wie ist mein aktueller Digitalisierungsstand. Ich identifiziere die Prozesse, die ein Digitalisierungspotenzial haben. Und ich lege fest, welche Ziele ich habe. Also, was sind meine Teilziele? Was sind meine Bereiche, die ich zunächst digitalisiere, in denen ich eben auch Prioritäten setze? Also wichtig, die Bereiche anschauen, die Ziele identifizieren und dann Prioritäten setzen. Und dann ein wichtiger Punkt, damit wir nicht an verschiedenen Punkten im Verein arbeiten, die Beteiligten mit einbeziehen und im Endeffekt die verschiedenen Anforderungen an die digitalen Prozesse oder zum Beispiel, wenn ich die Verwaltung anschaue, ich möchte ein digitales Verwaltungsprogramm. Welche Anforderungen habe ich zum Beispiel an ein solches System oder an so einen Prozess, der dann vonstatten gehen soll? Die zweite Phase ist dann die Planung und die Auswahl von digitalen Lösungen. Heißt also, wenn ich jetzt mir vorgenommen habe, ich möchte die Verwaltung digitalisieren, anhand von Mitgliedern, CRM oder so, habe ich im Endeffekt eine Recherche zu tätigen. Und wenn ich mir die verschiedenen Programme angeguckt habe, muss ich sie natürlich auch bewerten. Heißt, anhand von meinem Anforderungskatalog gehe ich die Kompatibilität durch. Bedeutet natürlich wieder, ich werde vermutlich keine Software finden, die zu 100% auf meine Anforderungen zutrifft. Hier auch wieder, ich muss, muss Anforderungen, also das ist für mich unabdingbar, das muss die Software haben und kann Anforderungen unterscheiden. Von diesen Muss Anforderungen gehe ich nicht weg, es sei denn, ich merke einfach, das bietet gar keiner. Dann muss ich natürlich auch bei mir nochmal überdenken, brauche ich das wirklich? Und dann natürlich die Kann-Anforderungen, ja, so mehr wie, ja, so mehr Anforderungen oder Kann-Anforderungen die Software abdeckt, umso besser. Aber dahin eben Recherche und Bewertung der entsprechenden Systeme. Und hier zählt auch die Kosten der Budgetplan, heißt also, wie viel brauche ich in der Anschaffung an Kosten, wie viel Kosten tut es mich jährlich, monatlich. Es gibt ja auch hier die verschiedensten Geschäftsmodelle von den verschiedenen Anbietern und da muss ich natürlich auch gucken, was kann ich, ja, welche Kosten kann ich bereitstellen für ein entsprechendes Programm. Und habe ich mich dann für eine Software entschieden, die für mich passt, dann erstelle ich in Phase 2 noch einen detaillierten Umsetzung und Zeitplan, so dass ich im nächsten Schritt wirklich in Phase 3 mit der Implementierung und Integration starten kann. Hier ist es so, dass im Endeffekt die Erstellung, Einrichtung, Installation der digitalen Lösung vonstatten geht, dass ich meine bestehenden Prozesse in das System integriere. Hier auch nochmal wichtig, es kann sein, dass ich Prozesse oder Arbeitsabläufe anpassen muss. Außer natürlich ausgenommen, diese Software ist rein für mich programmiert, dann ist der Prozess im Endeffekt im besten Fall so abgebildbar, wie er aktuell ist. Es ist aber im Grunde auch nie was Schlechtes, wenn eine Software oder eine Einführung von einem Programm mich dazu animiert, meine Prozesse nochmal zu überdenken. Und der letzte Schritt in Phase 3 ist natürlich das Einrichten von den Benutzerkonten und eben die Zugriffserteilung bzw. die entsprechenden Rechte zu vergeben. Phase 4 ist dann die Phase, in der wir lernen, mit der Software zu arbeiten. Sei es jetzt anhand von Schulung und Wissenstransfer, dass eben entsprechende Workshops, Schulungen für Mitarbeiter, gegebenenfalls auch für Mitglieder vonstatten gehen, dass ich natürlich auch Anleitungen oder entsprechende Handbücher zur Verfügung stelle für die tägliche Arbeit. Das kann natürlich vom Anbieter sein. Das kann aber auch ich als, sag ich jetzt mal, derjenige, der das Ganze vorangetrieben hat, kann natürlich auch sagen, der Prozess von Mitgliederaufnahmen ist jetzt in der Software so, so und so geregelt. Und das stelle ich natürlich dann meinen Mitarbeitern auch zur Verfügung, woran sie sich eben auch orientieren können. Die Phase 5 ist das Monitoring und die Optimierung. Hier ist es so, dass ich natürlich die digitalen Prozesse, die ich jetzt entwickelt habe, immer wieder überprüfen muss. Das heißt also, ich versuche, oder nicht, ich versuche, ich sammle Feedback von meinen Mitarbeitern. Ich gucke auch, was für Verbesserungen schlagen sie vor. Also was kann man noch verbessern in der Arbeit an sich, dem Tool. Wo muss ich vielleicht auch nochmal die Lösung überdenken? Also muss ich vielleicht nochmal doch nach einer anderen Software gucken, die besser passt. Das heißt also, hier ist es wirklich so, dass wir eine Erfolgskontrolle und Dokumentation machen, im regelmäßigen Austausch mit unseren Mitarbeitern, beziehungsweise den Nutzern der Software, um natürlich hier entsprechende Optimierungsmaßnahmen vorzunehmen. Und die sechste Phase ist natürlich die Kommunikation und fortlaufende Aktualisierung. Heißt also, ich habe ein System oder mehrere Systeme für die verschiedenen digitalen Prozesse eingeführt und es ist auch wichtig, hier nicht nur in Phase 5 nach der Einführung zu kommunizieren und zu gucken, was kann verbessert werden, wo hakt es noch, sondern eben dann auch fortlaufend nach einem Jahr. Wie sind die Fortschritte? Wie sind die Erfolge? Wie können ich Prozesse nochmal weiterentwickeln? Weil den ersten Wurf oder den ersten Schlag aufgedeutet habe ich ja getätigt. So, wie kann ich das jetzt noch weitermachen? Wie kann ich Prozesse oder Bereiche, die ich erstmal zurückgestellt habe, wie kann ich die jetzt angehen mit dem Status, den ich aktuell habe? Und auch hier wieder natürlich die entsprechenden Technologien, digitalen Lösungen anpassen und gegebenenfalls auch nochmal erweitern. Das sind in dem Fall eben die sechs Phasen, an die ich Schritt für Schritt durchgehe. Ich habe auch hier nochmal entsprechend mal einen Slide für Sie vorbereitet. Das heißt also, Sie können sich hier den entsprechenden Bereich einmal vornehmen. Nehmen wir zum Beispiel die Verwaltung und dann gehen Sie die verschiedenen Bereiche einmal durch, die ich genannt habe und dann können Sie im Endeffekt auch hier einen super Plan mit einer Schritt für Schritt Anleitung im Endeffekt vorlegen oder eben zusammenstellen, an denen Sie sich dann orientieren können. Das ist sozusagen das, was Sie in der Praxis erfahren, beziehungsweise was für Sie sozusagen jetzt an erster Stelle steht, dass Sie einmal diese Phasen in der Umsetzung durchgehen. Ich würde gerne zum Abschluss die Chance noch nutzen, um so ein paar praktische Einblicke zu geben. Gegebenenfalls auch eben für den ersten oder für die erste Phase so ein paar Vorschläge, Ideen, Anreize schaffen. Zum Beispiel ist im Endeffekt die Dokumentation der Mitglieder. Das kann ich über entsprechende Tablets machen. Das kann ich, wie gesagt, über ein CRM-System. Das kann ich aber auch schon so weit machen, dass ich einen Online-Mitgliedsantrag habe, dass dann, wo die Daten dann direkt in mein CRM-System übernommen werden. Oder eben, wie ich gesagt habe, auch über die App dann die Daten schon geändert werden können. Genauso, was hier mit reinkommt, ist zum Beispiel eine Software, wo Anträge, Formulare, Umfragen digital abgebildet werden können und gleichzeitig zum Beispiel Eintrittsbestätigungen, Newsletter, Mailings etc. in diesem System zusammenkommen und ich das entsprechend an die verschiedenen Mitgliedergruppen versenden kann. Die Kommunikation natürlich, wie gesagt, einmal über Mailings und Newsletter, aber eben auch über verschiedene Chat-Messenger-Dienste. Sie wissen alle, es gibt unendlich viele. Und sind wir mal ehrlich, bei den unterschiedlichen, die es gibt, wie soll ich denn alle gleichzeitig pflegen zu einer entsprechenden Qualität, wo auch jeder sich abgeholt fühlt. Und hier ist auch mein Tipp, mal außerhalb gucken, ob es entsprechende Vereins-Apps gibt, wo ich meinen Verein abbilden kann und wirklich nur darüber meine Kommunikation ablaufen lasse, sodass ich wirklich nur ein System habe oder eine App, die ich pflegen muss. So habe ich einfach eine zielgerichtete Kommunikation. Für jetzt zum Beispiel Marketings und Events oder Veranstaltungen kann ich natürlich auch verschiedene Projektmanagement-Tools nutzen, einfach mit der entsprechenden Kosten-Budget-Planung, mit dem Zeitplan, dann auch eben mit den Einsatzmöglichkeiten, wer hat welche Aufgabe, das einfach digital, wo auch jeder drauf zugreifen kann, extrem wichtig für ein entsprechendes Projekt oder Event. Und zu guter Letzt natürlich der Kauf von Klamotten über entsprechende Jobs, Apps oder Online, sodass ich nicht mehr diese Papierbestellscheine vom Trainer bekomme, der schon dreimal zerknüllt ist und noch ein bisschen Kaffee drüber getröpfelt ist, sondern wirklich, dass ich sagen kann, hier ist die Online-Adresse, such dir deine Sachen hier im Endeffekt aus. Ich kann auch direkt mit den Mitgliedern kommunizieren. Größe 128 vom Trikot ist jetzt leider vergriffen. Sobald es da ist, bekommst du eine E-Mail und kannst dann das Trikot bestellen. Also das sind so Möglichkeiten, die ich auch dann eben direkt für die Vereinsarbeit nutzen kann. Das war im Endeffekt jetzt das Abholen von den Möglichkeiten einer modernen Vereinsarbeit, von den Möglichkeiten, digitale Vereinsprozesse zu starten und umzusetzen, mit dem Endeffekt dann eben auch anhand von den Phasen die Prozesse loszulegen und auch erfolgreich abzuschließen. Ich hoffe, der Input hat Ihnen weitergeholfen, hat Ihnen ein Mehrwertgebiet geboten und freue mich natürlich jetzt auf die Fragen, die aufgekommen sind. Ja, vielen lieben Dank, Lisanne, erstmal für diesen tollen Input. Es sind auf jeden Fall einige Fragen reingekommen. Ich werde den Chat auch versuchen, weiterhin ein bisschen im Auge zu haben. Also, liebe Teilnehmer, falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne auch noch in den Chat schreiben. Erstmal ganz allgemein die Frage, gibt es denn sowas, oder fangen wir anders an, so ein Digitalisierungsprozess ist ja sehr individuell, aber gibt es sowas wie eine Generalcheckliste, die einem dabei hilft bei der Einführung der Digitalisierung? Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp oder sagst du, ach, nee, leider, sowas gibt es nicht? Also, im Grunde ist es natürlich immer sehr individuell, je nach Verein. Ich weiß auch, dass so eine Antwort immer total unzufriedenstellend ist, das weiß ich. Im Grunde würde ich wirklich sagen, dass diese Digitalisierungsphasen eine gute Checkliste bilden. Also wirklich, dass ich sehe, Phase 1, Anforderungen klären, was möchte ich digitalisieren und auch wirklich alle abholen, die damit arbeiten müssen. Also, dass ich mir wirklich ein Team zusammenstelle und wir gemeinsam so einen Anforderungskatalog entwickeln. Dass es nicht einer alleine macht und die, die es dann nutzen müssen, sagen dann so, hä, brauche ich doch gar nicht. Also, ne, sondern wirklich da alle mit einbeziehen, Ziele klären und Anforderungen klären. Dann das Zweite ist natürlich eine Recherche. Wie ich gesagt habe, die Muss-Anforderung und die Kann-Anforderung müssen, muss, muss, muss erfüllt sein, kann, kann Erfolg sein. Daran orientieren und abwägen mit dem Kosten. Die Phase 3 ist dann natürlich die Umsetzung. Extrem wichtig, da genügend Zeit einzubinden oder einzuplanen und natürlich auch zu gucken, wie kann ich meinen aktuellen, die aktuellen Prozesse, den ich habe, die aktuellen Daten, die ich habe, die dann übertragen werden sollen auf eine Software, auf eine Lösung, wie kann ich das umziehen? Und die vierte Phase ist dann wirklich die Schulung mit eben dann, wenn wir 5 und 6 zusammennehmen, auch hier Schulung, wie auch eben dann Weiterentwicklung und Weiterüberprüfung. Das sind, würde ich sagen, so die 6 Phasen, beziehungsweise 4 Phasen, wenn man sie zusammennimmt, die extrem wichtig sind. Vielen lieben Dank. Dann gibt es hier ganz viele neugierige Teilnehmende. Kampai hat ja eine Softwarelösung für die Digitalisierung geschaffen. Jetzt wünschen sich viele Teilnehmer dann so ein bisschen einen Einblick in die Software, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob du da direkt eine Demo zeigen kannst oder einfach sonst so ein bisschen erzählen kannst, was denn so die Vorteile von Kampai sind. Wie kann man die Digitalisierung mit eurer Software bewerkstelligen? Genau, also Kampai ist in dem Fall wirklich die All-in-One-Lösung. Also im Grunde ist es unser Ansatz, dass wir alle Bereiche der Verwaltung, der Kommunikation, Buchhaltung und dann eben auch Eventplanung zusätzlich mit Smart Logs eben in einer Software abbilden. Und das heißt also, wir haben ein klassisches CRM, also Mitgliedermanagement, wo alle Daten zusammenkommen und gepflegt werden können. Wir haben in dem Fall ein komplettes Kommunikationstool mit eigener Vereins-App. Das heißt also, wo ich chatten kann, wo ich Informationen zur Verfügung stellen kann, wo ich aber trotzdem auch generelle Mailings oder eben Newsletter versenden kann, aufgrund von unserem hinterlegten Grafik. Ich kann digitale Anträge, digitale Ausweise erstellen und so eben schon mal diesen Schritt von einem digitalen Mitgliedsantrag zu komplett dem Import direkt in die Mitgliederdaten einfach in Kampai abbilden. Und wir haben natürlich Finanzen, Buchhaltung. Heißt, hier kann ich meine Beiträge abziehen, ich kann Sponsorenverträge abwickeln, ich kann manuelle Rechnungen erstellen und das Ganze dann auch in die Buchhaltung direkt verbuchen mit entsprechender Einnahmen-Ausgabenrechnung oder Vorbereiten für den Steuerberater oder DATEV. Was Kampai noch hat, ist eine allgemeine Dokumentenablage. Das heißt also, ich brauche gar keine zusätzliche Cloud noch, wo ich die Daten ablege, sondern kann das auch komplett in Kampai machen. Und ab Ende des Jahres wird es in der App ein Mitgliederself-Service geben und ein Veranstaltungsmodul, wo ich zum Beispiel dann Kurse, Trainingsangebote, Veranstaltungen, Events abbilden kann, die komplett buchen kann und somit dann eben auch entsprechende Listen, Auswertungen sozusagen erfolgen. Und ich habe es angerissen, noch ganz kurz, die Smart Locks. Das heißt also auch für alle, die Räumlichkeiten haben beziehungsweise die Trainingsangebote haben oder Trainingsstätten, kann ich das natürlich auch digital über verschiedene, über eine App entsprechend die Schlüssel zugänglich machen, sodass das eben auch jeder digital nutzen kann. Das vielleicht als kurzer Ausblick, nicht, dass es wie so eine Werbeveranstaltung klingt. Alles gut. Ich glaube, da sind einige wirklich sehr interessiert, weil viele, viele Nachfragen kamen. Liebe Teilnehmenden, ich schicke Ihnen jetzt auch nochmal einen Link zur Stifter-Helfen-Seite. Da finden Sie nämlich auch die Software von Kampai. Okay. Und wenn es da irgendwie noch ganz detaillierte Fragen gibt, können Sie sich da auch gerne an unser Support-Team wenden. Wenn es irgendwie, ja, wenn Sie noch Überlegungen haben bei der Buchung, ja, melden Sie sich da einfach. Genau, vielleicht Marina, nur ganz kurz auch gerne, wenn Fragen sind, gerne auch mir eine Mail schreiben oder über die Kampai-Webseite. Da können wir auch gerne weitere Gespräche vereinbaren, wenn noch was unklar ist, weil es war ja wirklich nur ein kurzer Ausblick. Das vielleicht nur noch kurz. Genau. Sehr, sehr gerne nutzen die, wie gesagt, die Präsentation bekommen Sie, liebe Teilnehmenden, im Nachgang. Da finden Sie die Kontaktdaten. Da können Sie sich sehr, sehr gerne nochmal wenden. Es kamen, glaube ich, auch so ein paar spezielle, speziellere Fragen zu der Software. Digitale Mitgliedsanträge versenden, das ist möglich. Ja, nein? Ja, ist möglich. Super. CRM-System ist auch mit dabei in der Software. Kannst du dazu vielleicht noch irgendwas kurz erzählen? Genau, CRM-System ist einerseits über die Mitgliederverwaltung, sowie eben auch Kontakte, dass ich eben auch jederzeit Interessenten, Kontakte, Sponsoren etc. abbilden kann, mit auch jedes Mal der Verknüpfung zur Mitgliederverwaltung, sodass ich hier eben auch Beziehungen entsprechend abbilden kann. Und darüber läuft dann eben komplett die komplette Datensicherung, Datenverarbeitung und natürlich auch die Abrechnung. Super. Das heißt, Buchführung ist auch mit, mit, ja, in das Softwarepaket mit. Genau, mit anpassbarem Kontenrahmen, genau. Sehr schön. Es kamen auch noch ein paar allgemeinere Fragen zu Digitalisierung. Was ist denn deiner Meinung nach, an welcher Stelle, ja, sollte das, also die Digitalisierung der Dokumente, also das wirklich konkrete Einscannen von schriftlichen Dokumenten im Prozess der Digitalisierung, wann sollte das stattfinden? Ich würde auch hier sagen, es ist ein bisschen abhängig vom aktuellen Status. Es ist aktuell so, dass ich empfehle immer mit der Mitgliederverwaltung zu starten. Wenn man natürlich jetzt so sagt, ich komme da gut klar mit meiner Excel-Liste, dann ist das völlig in Ordnung. Der nächste Schritt ist dann wirklich die Dokumentenablage. Es ist natürlich ein entsprechender Aufwand, wenn ich meine ganzen Papiersachen erstmal digitalisieren möchte, das dauert, aber man sollte auf alle Fälle einen Zeitpunkt festlegen, ab wann man startet, weil von da an wird alles sofort digital abgelegt, weil, ich will gar nicht so viel mit Smartphone sagen, aber es gibt Scanner mittlerweile als App auf dem Smartphone. Da kann ich das schon direkt abscannen und kann es dann digital in meine Ordner einsortieren. Ich muss gar nicht so einen großen Kopierer, Scanner etc. nutzen. Das geht sehr einfach über einfach Foto einscannen, fertig. Das heißt also, einen Zeitpunkt definieren, wenn die Cloud da ist, wenn die Dokumentenablage, die Struktur da ist. Ganz wichtig, eine Struktur muss vorhanden sein. Es kann nicht sein, dass jeder irgendwo die Daten ablegt oder die Dateien ablegt. Das ist ganz wichtig. Und dann wird ein Zeitpunkt bestimmt, ab jetzt alles und nach und nach ziehe ich im Endeffekt die entsprechenden anderen Dokumente noch nach. Super. Ganz lieben Dank. Und dann kam noch eine Frage zur internationalen Zusammenarbeit. Gibt es da irgendwas Besonderes, worauf man achten sollte bei der Digitalisierung? In der internationalen Zusammenarbeit jetzt, wenn mein Verein im Ausland ist und ich betreue den hier über Deutschland oder jetzt auch aufgrund von Systemen. Gab es da noch Hinweise? Leider, leider, leider nicht. Ansonsten warte ich einfach auch gerne noch auf Rückmeldung im Chat. Das können wir auch zur nächsten Frage. Ja, ich würde vielleicht da einfach nur kurz zu sagen, natürlich muss ich die entsprechenden rechtlichen Vorgaben im Bereich zur digitalen Ablage, Speicherung von Systemen auf das jeweilige Land, wo mein Verein sitzt, beachten. Gar keine Frage, auch aufgrund von den entsprechenden Aufbewahrungsfristen. Wir sind da in Deutschland ja sehr oder auch im Dachbereich sehr strukturiert und aufgestellt mit den Vorgaben. im Software oder bezüglich auf einer Software, mit der man dann, die eher international tätig ist, muss ich natürlich abklären, wie tut sie, also weil wenn ich die Daten online speichere, wie tun sie das eben vergewissern, dass mit den Daten nichts weiter passiert. Also wir haben da mit der DSGVO einen entsprechenden Standard. Der muss eingehalten werden für jeden Anbieter. Das heißt, da bin ich eigentlich gesichert. Trotzdem kann jeder Anbieter auch selbst wählen, wo seine Servers sind. Das heißt hier auch bei der Recherche um solche digitalen Tools diese Frage stellen und jeder Anbieter muss dann im Endeffekt ja offen darlegen, wo die entsprechenden Server sind und wie mit den Daten umgegangen wird. Und so das natürlich auch bei internationalen Tools berücksichtigen. Ich glaube, das war jetzt ein Verein, der in Deutschland ist, aber auch ein Team im Ausland hat. Es kamen hier aber auch gerade Fragen rein, zu was man macht, wenn man ja verschiedensprachig arbeitet. Ich weiß nicht, bietet Kampai auch die englischsprachige Version an? Gibt es da verschiedene Währungen, die man auswählen kann? Vielleicht kannst du da ja auch nochmal kurz was sagen. Genau, also Währungen funktioniert, aber die Sprache aktuell ist erstmal nur auf Deutschland festgelegt, da wir aktuell nur im Dachverband sozusagen unsere Software vertreten haben. Es wird dennoch eben auch die Option in Zukunft geben, dass wir auch international, beziehungsweise dass wir auch auf Englisch verfügbar sind, aber aktuell nicht. Super, ganz lieben Dank dir. Ja, liebe Teilnehmenden, ich hoffe, Sie haben heute einige Tipps und Tricks rund um die Digitalisierung von Vereinsprozessen mitnehmen können. Wenn Sie konkrete Fragen zu der Software-Kampai haben, dann dürfen Sie sich sehr, sehr gerne melden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Präsentation, die Sie in den kommenden Tagen zugeschickt bekommen. Vielen herzlichen Dank, Lisanne, für deinen tollen Input heute, dass du dein Wissen mit uns heute geteilt hast. Und auch vielen Dank, liebe Teilnehmende, für Ihre sehr rege Beteiligung, sei es bei den Fragen, die gestellt wurden, für die Fragerunde und auch die Fragen, die liebe Lisanne an Sie gestellt hat. Schön, dass Sie so beteiligt waren. Wir wünschen Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag und freue mich, Sie bald bei unseren nächsten Webinaren wiederzusehen. Machen Sie es gut. Vielen Dank auch von meiner Seite und noch einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn Sie viel mitnehmen aus dem Input. Vielen Dank.